ich meine sie haben sich ja relativ zügig in unsere herzen eingeschlichen von daher ist das hier das das lachen der auge entschuldigung das gewöhnen uns gar nicht erst an fräulein ich hab den kollegen gesagt wir sollen dir das abgewöhnen noch wiegt sie nur 15 kilo irgendwann wiegt sie 50